Oh Gott, das bin ich selbst. Ich habe mich über meine eigenen Schritte gerade erschrocken. Jetzt blinkt meine Temperaturanzeige. Ich habe hier trinken gefunden und noch kein Essen. Trinken habe ich auch genau einmal. Einmal habe ich jetzt. So, wo ist hier ein Spieler? Er ist bestimmt nicht gestorben, weil er mir die Zombies angegriffen hat. Das ist doch Quatsch. Er hat eine M4A1. So stark. Oh, ein First Person bin ich so am zittern. Geht gar nicht. Komm, Mann gegen Mann. Wo bist du? Was fürst die M4A1 noch? Weißt du das noch? Starnak. Starnak und... Oh, ich fang D36. Geht auch. Ja, ja. Ist das gleiche Kaliber. Oh, ich spawne auch kein Essen und nichts. Hier spawnt auch kein Essen und nichts. Was? Was für Modi? Also was für der G36 ist das? D. M4A1 und irgendwas. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube die M4A1 macht mehr Schaden. Bin mir nicht sicher. Keine Garantie drauf. Oh, ja. Ganz nett. Oh, M4A1. Auch immer gebraucht. Hm. Das ist bisher eine sehr magere Ausbeute hier. Ich weiß, man sollte nicht zu Spielern gehen, die jetzt gleich irgendwo rumliegen. Mitten. Offensichtlich. Aber. 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 Ich will da jetzt hin. Ist das überhaupt ein Spieler oder ist es ein Spieler? Es ist ein Spieler. Ja. Kommt her zum Miss. Kommt her zum Miss. Kommt her rauf. Von hier looten kann ich den nicht. Oder? Dann kann ich von hier wegballern. Hahaha. Kommt alle her zum Miss. Ich knall euch alle ab. Aber nicht, wenn du hier so moonwalk machst. Der war schlecht. Kommt die ganzen Zombies her. Was ist denn passiert? Aber die M16 A2 ist stärker, ne? Du, ich hab echt keine Ahnung. Ich bin da kein Experte. Achso, ok. Ich will doch nur die Spieler looten, Mensch. Bericht euch doch mal kurz. Ich spawne aber neue Zombies, glaubt die Kacke. Nur gucken, was er hat, nur gucken, was er hat. Winchester, ja, das weiß ich. Das ist stark. G17 Magazin ist mir einmal lieber. Der andere Kram ist nur Kram. G17 Jetzt schnell, jetzt schnell. Komm, komm, komm. Pack den weg. Pack den dazu. Ja, ist gut, ist gut, ist gut zum Mist. Ich hab kein Bock auf euch. So. Warum hab ich denn jetzt nur dreimal Munition? Das ist doch, äh, Kram. So wenig Schuss, ich möchte mehr Schuss haben. Das muss ich, äh, nochmal eruieren. Hab ich nur vier? Ich hab nur vier. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Na. Wie lustig, der schmeißt immer so viel auf einmal weg. Komm mal auf, äh, deine Seite der Insel quasi. Ja. Ja. Und, äh, gehe mal in Richtung, äh, kleine Army Base, die da ist. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist, aber du weißt, was ich meine. Achso, ja, klar. Da, wo wir den Jeep gefunden hatten. Mhm. Kann ja nicht sein, dass hier alle Autos aufwächst sind. Und ich kann auch mal diesem komischen Dorf unten nachgucken. Ähm, was auf der anderen Seite der Tiro Bridge ist. Ja. Weil da war ja auch irgendwann mal was gewesen. Meine ich zumindest. Was ist das denn für ein Paket? Das Antibiotika? Heatpack. Das kann ich aber gleich mal nehmen, wenn das schon mal blinkt. Da ging. Was ist das hier, was da so schön ist, wenn du die noch was? Ja, genau. Ja, warum ja auch so. Da müssen wir uns das machen. Okay. Na? Ja. Ja. Kommt sich noch nichts. Geht wie alt warst du, ich bekommst du ein. Alles. Geht mir leider. Geht mir leider. Geht mir das. Geht mir auch nicht. So. Nein, wir müssen das mal weg. Ist es noch einmal, so. Leck. Na ja. Oh, ne Toolbox. Geht mir nicht mit. Nicht schlecht. Man weiß ja nie. Fliegen höre ich aber auch. Heatpack. Oh. Hier ist noch ne Toolbox, ich nehm mal eine für dich mit, hm? Ja, wenn wir uns treffen, wenn du Platz hast. Ja. Wenn ich Platz habe, da war was. Ah, ich weiß, ich habe mal Chemlites weg. Die sind sowieso blöde. Ne Makarow, als ob ich die jetzt nehmen würde. Aber das klappt nicht. Obwohl, dann mache ich so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal close back. Einmal so. Einmal so. Und tadaaa. Dieses Inventarsystem. Ich habe noch keinen Spieler gesehen. Hm, ich auch nicht. Das ist die Frage, wie ich noch auch guter bin. Wenn du Spieler sehen möchtest. Eventuell. Ja. Lauf hin. Vielleicht sehen wir uns dann näher. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Komm her, kleines, kleines Schweinchen. Komm her. Schön Fleisch machen. Oh Gott. Nee, Zombie. Du musst aus mir kein Fleisch machen. Schweini, wo bist du? Oh, da ist Schweini. Oh ja. Schön das Fleisch da raus. Jetzt habe ich viermal Fleisch. Jetzt habe ich natürlich die große Frage. Was tun? Was tun, sprach Zeus? Erstens, du hast keinen Platz. Zweitens, äh. Kannst du nicht kochen? Erstens. Der, hier ist irgendein Bug. Ich nehme immer zum Teil vier Munitionsdinge auf einmal weg. Ich hole mir dreimal Fleisch und reicht das doch, oder nicht? Das muss doch reichen. So, und ich klappe jetzt genau zwei Dörfer noch ab. Und dann raste ich, glaube ich, aus. Was? Ich dachte, ich habe total die Akku hinter mir. Ich will da einen Wagen haben. Oh, Wagen wäre schon nicht schlecht. Wieso sind die Zombies bergan schneller als ich? Das ist doch unfair. Ja. Du musst bergab laufen, damit sie wieder so an dir vorbeifliegen, wie beim... ...letzten ist irgendwann. Ja, so hoch geht's hier um nicht. Ah. Das war stark. Und mein erstes Problem wird es sein... ...essen und trinken. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Du bist aber noch nicht irgendwo gut da drin, ne? Nein, ich habe noch einen Kilometer zu laufen. Oh, hier liegt auch ein Schwein. Ja, steht. Ich sollte öfter mit diesen gewischen Dings arbeiten. Jetzt? Mit den Punkten. Hm. So. Dann weiß ich auch, wo ich genau hinlaufen muss, ja. Na gut, jetzt hätte ich wahrscheinlich nicht mehr gebraucht. 200 Meter. Hm. Hm. Nein, man weiß nie. Hm. Aber es ist echt nicht schlecht. Da ist schon der erste Turm. Oh Gott, ist ja nah dran. Ne, 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 keine Zombie-Agro. Ah. Oh, ich bin hier total bei diesen ungequickten Bäumen. Oh, ich dachte gerade wäre ein Ural. Aber das ist ein abgefuckter Wagen. Oh. Oh. Troll. Trololololololololos. So, Punkt entfernen geht auch. Wunderbar. Alles schön. Dann bin ich jetzt mal auf wahr gespannt. Ich bin gespannt, ob es hier vernünftige Waffen gibt. Ob es hier vernünftige Waffen gibt? Äh, ah ok, ich würde sagen Hab ich da einen Schuss in der Pferde gehört oder war das Soundkulisse? Ich weiß das nicht, was ist das denn für eine Army Base? Die Schuss für die Flurz Die Flurz Die Flurz Die Flurz